Und auch reicht. Nein! Ach ja. Läuft doch alle ins Knie. Hm. Oh. Kannst du dich töten? Wo ist die? Was denn? Oh. Das ist fast im Ohr, schnervt langsam. Hm. Er kommt raus. Hä? Ach so, du könntest dich öffnen. Ach so, okay. Hm. Ach so. Da ist die Münze. Sag ich, man muss Mini sein. So, wo du da rein kommst. Echt jetzt? Oder? Warte, ich glaube. Mini? Ja, okay. Das ist schon extrem, wenn ihr irgendwie mit Mini kommen würd. Ja, okay. Das ist schon. Ich hab's nicht aufgeregt. Du. Du. Die zweite. Die zweite. Nee, ich hab's nicht aufgeregt. Die zweite. Äh, die zweite. Wo? Die? Die, was? Oh, Funko. Verdammt. ich gehe jetzt mal die Zwei tun dafür brauchst du eine Mini komm schon mal Weltachterhäuser ne ich mach das nur die Welt noch sieben ich weiß nicht ob es bis dahin noch schaffen gar keinen Bock mehr n weise Weltachter auch hier achten müssen da morgen dann machen das abziehen ok kein Kommentar einfach mach einfach weiter sie kann man genau in diesem Moment warte hat er dich hoch geworfen also ich bin auf die Woche schon ach so er morgen acht machen mal sehen oder hast du gerade gesagt? ich habe ja genannt achso tatsächlich gibt's was 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ah verdammt ok ich mach mal so, wenn die oberre pflanze weg ist geh ich nochmal rein ja ok und wenn ich dann mach es einfach umgekehrt dann müsste es gehen ach ich kann nur was ach ich kann nur was warte wenn die weg ist hab ich gedacht ne ja wenn die weg ist ok 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 also wenn die da ist dann runter ja das ist davon gemacht er war sie immer noch zu mhm dann mache ich in dem Moment wo sie gerade weg geht warte mal geh mal da runter und dann ist da geh mal da ja geht auch ich habe meine ideen ne ist nicht dein ernst warte es bringt dir doch gar nichts weil du hast die dritte münze ich versuchte ich versuchte echt dumm bring dich um man muss ja woanders sein ja muss hier oben sein ist ja klar einfach umbringen nein da oben mal die dritte münze hier muss die Zeit sein sollte ach ja stimmt stimmt wo soll die dann sein hey wo kann die sein hey wo kann die sein hey wo kann die sein ok das sieht verdächtig aus ich habe das eh nix von unserem guck mir trotzdem mal schau mal vor das pflanze ja wo sollst du hingehen ich nehme so guck mir trotzdem guck mir trotzdem ok er hat sich erledigt hm ich weiß nicht wo dies sein könnte einer von diesen Röhren oder wie da oben vielleicht von der Röhre kam mir dort ne von da oben ne von da oben ja ja da von da kam mir dort ne ne warte mal die kugel ich guck mir da kam mir auch ja okay da schon hm 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 na § § quell dime Teil in der Bibel ich hab da Warte mal da und da wieder raus ach so ok weil er da runter geht es kommt zu da unten das was für ein block warte warte nein 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 was ich weiß doch das ist so so achso okay entweder ich geh jetzt und da oder von da wenn du da gehst dann kommst du wieder dahin wo der kleine Filz war Dankeschön von 4 auch wenn du das so ausdrücken du wolltest ja das Level durchspielen ja Mann kann die zweite Münze sein doch weiter mit dem schloss alles, guck mal da bitte sei alles verdammt wo kann die zweite Münze sein ich bin mal trotzdem mehr von unten weil ich denke es gibt so ein Geheimdiener, wo die zweite sein könnte und dass ich dann wieder ja irgendwie sowas habe da warst du noch mal rechts achso nicht ach du überhaupt für die ersten Münzen stimmt ich bin mal jetzt Hmmmm. Oh, das kann ich sein. Ich geh nach unten, ne? Ich hol ein Pils. Ich muss mal ein paar andere Sachen. So, okay. Aber nicht mehr. nicht den gewicht der andere weg der ich dir gezeigt habe ich meine ich nicht nie wollte es kann sein dass das was wichtiges ist doch ja genau das schlechteste ich habe mich gehört ich habe gesagt dass diese höhere dann hast du ja die kann woanders hinführen das sieht irgendwie verdächtigt auch diese kacke da eine der höhere woanders hin nicht nach oben anstatt woanders okay ich weiß jetzt glaube ich möglicherweise ach so nein die ganze rein springen lassen nein nein das master das ist kein ball hat also hatte mal klein gebrochen die zweite zu holen noch ja also man braucht klein zu zweiteln die sterben das ist das wichtigste den das es kommt schon heute 8 Uhr ein paar Welten nur ein paar wenigstens der Ehe alles auf einem höchsten drei wenigsten 3 damit er ist er ist jetzt kommt nicht dazu kommt die die Nutella Brot als er vieles gibt es gibt den Nutella Brot der zwei Lutscher noch die Geld das war geht noch das nicht wie viel jetzt auf einmal ja wie viele einmal so was kann ich mal an du bietest ein Körper an deines Geldes und bezahlt geht das ist diese prostitution wirklich nein das ist gleich wie bei gelerst du bietest auch der körper an zu arbeiten ja niemand sagt ich weiß eine perfekte welt dann können ja gegen nutzer zu spielen ich überlege warum sind ja noch so ich will die ganze ob ich das jetzt alleine machen soll aber dort machen die verzweifelt ach das ist das bei dem anderen verzweifeln wieso du weißt dass sie auch ist so wenig zu zweifeln ich werde ich werde die pausse an der kümmersung also alle müssen sagen wo wir echt oft gefällt haben doch ich versuch es gleich das kann aber bessere chancen oder das ist ein bisschen krank weil er so komisch bringt ja einmal getroffen ach ja das war diese münze da die wir haben bekenntnis bin ich dann leider weiß man diese münze da ja ich weiß wo man da haben schon springen muss hier machte wir keine so besser oder wenn ich ja habe ich doch kein glück gehabt schon wieder musste ich weiß doch als wir hier waren aus der jungen zeit gekratzt ja ist immer so wie hier ich habe mich von recht und ich war schon am stimmstellt ich verlieber legt oder solche welt acht wirklich alleine machen soll ich das meine skills an vertrauen ich glaube ich versuche es einfach mal das sind die witzigsten paus ich wollte da oben bleiben und warten bis er kommt darf ich mal spät 32 ok ausglückte im ach so immer noch ja wenn man sich vier monaten müssen wir spielen dann noch alles gibt was man hat ja dann kriegt man schon zu finden unter zwei stunden spielt und wir haben fast immer gewonnen wird umsetzen und fast immer gewonnen das ist das ich weiß gerade so weit bei diesem einen burg der so verzweifelt kommt noch von koper ich habe aufgepasst über paar neue dinge von dir genannt das ging doch nicht wir haben so ein gefühl dass er die dritte muss irgendwie nicht bekommen werden obwohl das offensichtlich vor uns ist da ist der körper bekommen schluss machen ich dachte kommst du mal hoch ich brauchte groß groß das viel groß der pilz da bin ich noch nicht ein bisschen groß viel zeit am besten geholt dass wir das ist so locker ich kann mal gucken ich kann sie dann auch noch blume ja jetzt wenn ich bin jetzt nicht doch wieso kommst du dich immer bei diesem level nicht so das wird so schwer also leute ich werde es vielleicht alleine versuchen das lustig es wird so lustig 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 schon wieder nicht schon wieder dies war nicht mit mir fand ich auch wenn du nur morgen stellen jetzt warte ich das ist trotzdem weiß ich mal sehen aber wird auch wenn ich mit selbst selbst arbeiten mal sehen ob ich das schaffe m m m m man hat den bus ja was rausgeschnitten dass er soll was soll ich rausgeschnitten ja wo du gefällt habe ich dort drin gelassen wo du riesig warst du hast ihn rumgeschlossen er hat sich dann drin gelassen soll wetten doch wirklich ja ich hab dir gelassen und jetzt hat man wirklich den fahrt oder was ich habe ich ach kommst du denn darauf richtig nicht du musst noch einmal runter kommt ich habe dann gelassen okay zeigt mir gleich wo er bei einem bei den passen ich weiß nicht mal welcher potter okay ich gucke einfach dann hoffentlich nur 8 mal sehen wie viel werden das sind was wie viel werden schaffe ich ja ja das muss ich nicht mehr machen scheiße scheiße reise nicht 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 doch genau die drei die ich gemacht habe und ruhig die man muss alles dafür die zweite ich habe keinen bock wie man das nächste mal warte 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 ich noch mal das checken ob du alle keller ist komplett wir haben alles auch mit 1 2 2 3 ok wir sehen uns im nächsten Tag